Der standhafte Zinnsoldat von Hans Christian Andersen, Deutsch von Thürer-Dorenburg. Es waren einmal 25 Zinnsoldaten. Sie waren alle Brüder, denn sie waren von einem alten Zinnlöffel geboren worden. Das Gewehr hielten sie im Arm und das Gesicht geradeaus. Rot und Blau, ganz wunderbar, war die Uniform. Das allererste, was sie in dieser Welt hörten, als der Deckel von der Schachtel genommen wurde, in der sie lagen, war das Wort Zinnsoldaten. Das rief ein kleiner Junge und klatschte in die Hände. Er hatte sie bekommen, denn es war sein Geburtstag. Und er stellte sie nun auf dem Tisch auf. Ein Soldat glich dem anderen wie aus dem Gesicht geschnitten. Nur ein einziger war ein wenig anders. Der hatte nur ein Bein, denn er war zuletzt gegossen worden, und da war nicht mehr genügend Zinn dagewesen. Der stand jedoch genauso fest auf seinem einen, wie die anderen auf ihren Zweien, und gerade er sollte sich hervortun. Auf dem Tisch, wo sie aufgestellt waren, stand viel anderes Spielzeug. Was aber am meisten auffiel, das war ein wunderbares Schloss aus Pappe. Durch die kleinen Fenster konnte man bis in die Säle schauen. Draußen standen kleine Bäume, um einen kleinen Spiegel herum, der aussehen sollte wie ein See. Darauf schwammen Schwäne aus Wachs und spiegelten sich. Es war alles wunderhübsch. Aber das Hübscheste war doch eine kleine Jungfrau, die mitten in der offenen Schlosstür stand. Sie war auch aus Papier ausgeschnitten, aber sie hatte einen Rock an, aus ganz durchsichtigem Linant und ein schmales blaues Bändchen über den Schultern, ganz wie ein Gewand. Mitten darauf saß eine glitzernde Paillette, genauso groß wie ihr ganzes Gesicht. Die kleine Jungfrau streckte ihre beiden Arme aus, denn sie war eine Tänzerin. Und dann hob sie das eine Bein so hoch in die Luft, dass der Zinnsoldat es gar nicht finden konnte und meinte, sie habe nur ein Bein, genau wie er. Das wäre eine Frau für mich, dachte er. Aber sie ist sehr vornehm. Sie wohnt in einem Schloss. Ich habe nur eine Schachtel und in die müssen wir uns zu 25 Mann teilen. Das ist kein Ort für sie. Ich muss immerhin sehen, dass ich mich mit ihr bekannt mache. Und dann legte er sich, so lang wie er war, hinter eine Schnupftabakdose, die auf dem Tische stand. Von dort konnte er sich so richtig die kleine, feine Dame anschauen, die fortgesetzt auf einem Bein stand, ohne aus dem Gleichgewicht zu kommen. Als es Abend wurde, kamen alle anderen Zinnsoldaten in ihre Schachtel und die Leute im Haus gingen ins Bett. Nun begann das Spielzeug zu spielen. Sie spielten Besuch haben, Krieg führen und Ball geben. Die Zinnsoldaten rasselten in der Schachtel, denn sie wollten dabei sein, aber sie konnten den Deckel nicht aufkriegen. Der Nussknacker schoss Kobolds und der Griffel machte Unfug auf der Tafel. Es war ein Lärm, dass der Kanarienvogel wach wurde und mitzureden begann, und zwar in Fersen. Die beiden einzigen, die sich nicht vom Fleck rührten, waren der Zinnsoldat und die kleine Tänzerin. Sie hielt sich ganz kerzengerade auf der Zehenspitze, beide Arme nach den Seiten ausgestreckt. Er war ebenso standhaft auf seinem einen Bein. Seine Augen ließen überhaupt nicht von ihr. Jetzt schlug die Uhr zwölf und schnapp, da sprang der Deckel der Schnupftabakdose auf. Aber es war kein Tabak darin, nein, sondern ein kleiner schwarzer Troll. Das war ein ganz kunstvolles Stück. Zinnsoldat, sagte der Troll, wirst du wohl deine Augen im Zaun halten. Aber der Zinnsoldat tat, als hörte er es nicht. Ja, wart nur bis morgen, sagte der Troll. Als es nun morgen wurde und die Kinder aufstanden, da wurde der Zinnsoldat ins Fenster gestellt. Und ob es nun der Troll war oder ob es zog, das Fenster flog mit einem Mal auf und der Soldat stürzte kopfüber vom dritten Stock hinunter. Das ging mit schrecklicher Geschwindigkeit. Er streckte das Bein gerade in die Luft und blieb auf der Mütze stehen, mit dem Bayonett unten zwischen den Pflastersteinen. Die Dienstmarkt und der kleine Junge kamen sogleich herunter, um zu suchen. Aber obwohl sie fast auf ihn getreten wären, konnten sie ihn doch nicht sehen. Hätte der Zinnsoldat gerufen, hier bin ich, dann hätten sie ihn wohl gefunden. Aber er fand, dass es sich nicht gehörte, laut zu schreien, da er in Uniform war. Nun begann es zu regnen. Die Tropfen fielen immer dichter, einer auf den anderen. Es wurde ein tüchtiger Guss. Als es vorüber war, kamen zwei Gassenjungen. »Guck mal«, sagte der eine, »da liegt ein Zinnsoldat, der will segeln gehen.« Und dann machten sie sich aus einer Zeitung ein Boot, setzten den Zinnsoldaten mitten hinein, und nun segelte er den Rinnstein hinunter. Die Jungen liefen beide nebenher und klatschten in die Hände. Gott behüte, was waren in dem Rinnstein bloß für Wellen und was für eine Strömung. Ja, es hatte ja auch gegossen. Das Papierboot wippte auf und nieder, und zwischendurch drehte es sich so geschwind, dass es dem Zinnsoldaten durch und durch ging. Aber er blieb standhaft, verzog keine Miene, sah geradeaus und hielt das Gewehr im Arm. Mit einem Mal trieb das Boot unter ein langes Rinnsteinbrett. Da wurde es so finster, als wäre er in seiner Schachtel. »Wo ich jetzt wohl hinkomme,« dachte er, »ja, ja, daran ist der Troll schuld. Säße doch das kleine Fräulein hier im Boot, dann könnte es ruhig noch mal so finster sein.« In diesem Augenblick kam eine große Wasserratte, die unter dem Rinnsteinbrett wohnte. »Hast du einen Pass?« fragte die Ratte. »Herr, mit dem Pass!« Aber der Zinnsoldat schwieg still und hielt das Gewehr noch fester. Das Boot fuhr dahin und die Ratte hinter dreien, wie die mit den Zähnen knirschte und Reisern und Stroh zurief, »Haltet ihn! Haltet ihn! Er hat keinen Zoll bezahlt! Er hat keinen Pass vorgezeigt!« Aber die Strömung wurde immer stärker. Der Zinnsoldat konnte vorn schon das Tageslicht erblicken. Dort, wo die Bohle aufhörte. Aber er hörte auch ein brausendes Geräusch, das einen tapferen Mann wohl erschrecken konnte. Denkt nur, der Rinnstein stürzte, dort, wo die Bohle zu Ende war, in einen großen Kanal hinab. Für ihn war das genauso gefährlich, als wenn wir einen großen Wasserfall hinunterführen. Nun war er schon so nahe, dass er nicht mehr anhalten konnte. Das Boot flitzte hinaus. Der arme Zinnsoldat hielt sich so steif, wie er konnte. Niemand sollte ihm nachsagen, dass er auch nur mit den Augen gezwinkert hätte. Das Boot trudelte drei-, viermal rundherum und war bis an den Rand mit Wasser gefüllt. Es musste sinken. Der Zinnsoldat stand bis zum Hals im Wasser und immer tiefer sank das Boot. Das Papier weichte mehr und mehr auf. Nun ging das Wasser dem Soldaten über den Kopf. Da dachte er an die kleine, liebliche Tänzerin, die er nimmermehr sehen würde. Nun ging das Papier entzwei und der Zinnsoldat stürzte hindurch, wurde aber im selben Augenblick von einem großen Fisch verschlungen. Hier war es noch schlimmer als unter dem Rinnsteinbrett und dann war es so eng. Aber der Zinnsoldat war standhaft und lag, so lang wie er war, mit dem Gewehr im Arm. Der Fisch raste umher. Er machte die allerfurchtbarsten Bewegungen. Schließlich wurde er ganz still. Es schoss durch ihn hindurch wie ein Blitzstrahl. Das Licht schien ganz hell und einer rief laut, Zinnsoldat! Der Fisch war gefangen, auf den Markt gebracht und verkauft worden. Und in die Küche hinaufgekommen, wo die Markt ihn mit einem großen Messer aufschnitt. Sie fasste mit zwei Fingern den Soldaten um den Leib und trug ihn in die Stube, wo alle einen so merkwürdigen Mann sehen wollten, der im Bauch eines Fisches umhergereist war. Aber der Zinnsoldat war gar nicht stolz. Man stellte ihn auf den Tisch und dort, nein, wie kann es doch wunderlich zugehen in der Welt, der Zinnsoldat war in ganz derselben Stube, in der er vorher gewesen war. Er sah dieselben Kinder wieder. Und das Spielzeug stand auf dem Tisch, das wunderbare Schloss mit der lieblichen kleinen Tänzerin. Sie hielt sich noch immer auf dem einen Bein und hatte das andere hoch in der Luft. Sie war auch standhaft. Das rührte den Zinnsoldaten. Er war nahe daran, Zinn zu weinen. Aber das gehörte sich nicht. Er schaute sie an und sie schaute ihn an. Aber sie sagten nichts. In diesem Augenblick nahm einer der kleinen Jungen den Soldaten und warf ihn in den Ofen. Und er hatte gar keinen Anlass dazu. Es war bestimmt der Troll in der Dose, der schuld daran war. Der Zinnsoldat stand ganz beleuchtet da und fühlte eine Hitze, die furchtbar war. Aber ob sie von dem richtigen Feuer kam oder von der Liebe, das wusste er nicht. Die Farben waren ganz von ihm abgegangen. Ob es auf der Reise geschehen war oder vom Kummer kam, konnte keiner sagen. Er sah die kleine Jungfrau an. Sie sah ihn an. Und er fühlte, er schmolz. Aber noch stand er standhaft da mit dem Gewehr im Arm. Da ging eine Tür auf. Der Wind ergriff die Tänzerin und sie flog wie eine Sylphide geradeswegs in den Ofen hinein zum Zinnsoldaten, flammte in einer Lur auf und war weg. Da schmolz der Zinnsoldat zu einem Klumpen. Und als die Magd am nächsten Tag die Asche ausleerte, fand sie ihn. Er war ein kleines, zinnernes Herz geworden. Von der Tänzerin hingegen war nur die Paillette übrig und die war kohlschwarz verbrannt.